herzlich willkommen zum neuen video von anker und mehr ja hier sehen wir kurze ausschnitte von dem umbau von mehrwasser böcker bzw aqua perfect die sind ja umgezogen in die eigene halle hier sehen wir jetzt auch schon die neuen geschäftsräume die ich eigentlich schon lange mal filmen und interviewen wollte das haben wir irgendwie bis jetzt noch nicht hinbekommen das wird aber noch nachgeholt ja wir waren tatsächlich da weil wir eine verabredung hatten mit andy bauer von der firma sie worte solution die bauen die ocean motion das ist so eine steuerung wie sie früher unter dem namen ost die motion bekannt war und das haben wir uns natürlich im detail angeschaut und auch ein video dazu gemacht ach das gibt es bei uns auf dem kanal ja wer schon ab und zu mal ein bisschen rein geguckt hat mehrwasser böcker bzw aqua perfect als großhandel ist schon ein wahnsinns laden und da gibt es eigentlich immer was zu sehen so natürlich auch in dem falle haben wir da so ein paar raritäten aufnehmen können aber am spannendsten fand ich eigentlich schon gesagt es kommt ein großer import aus bali und dann sind wir extra noch mal eingefahren jetzt am dienstag und haben den gefilmt und das zeigen wir euch jetzt mal so jetzt immer beim neuen import bali wichtiger hinweis wir haben ganz ein bisschen mit den lampen gespielt als ich glaube die meisten sind entstanden unter 20 weiß 80 blau und filter so und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020